Hallo und damit ein herzliches Willkommen in einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey So, wir gehen jetzt dorthin zu der Hilfebedürftigen Ja, töten wir ihn Kann nicht irgendetwas tun, um zu helfen Ich finde deinen Mann und seinen Freund und den Wolf werde ich töten Möge Artemis deine Pfeile lenken Die Rache des Wolfs, okay Gut, wo kommen wir da auf? Wahrscheinlich hätte er entlang Der Riesenwolf Man denkt, ich habe einen Riesenwolf schon getötet Was muss der Schrein sein, von dem die Frau sprach? Was muss der Schrein sein, von dem die Frau sprach? Willst du meinen Schrein dort? Kann man da unten gehen? Natürlich nicht! Ideal wäre es, wenn ich da jetzt rauf kann Ja, ja Ja, ja 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 Da sind Spuren, da muss ich wieder Spuren lesen. Jetzt haben wir uns das einmal, alles nach der Reihe, Schatz, da gibt es keine Wachen. So, das haben wir, und jetzt untersuchen. Ja. Da liegt schon. Wahrscheinlich. Blut. Der Wolf muss den anderen Mann fortgezerrt haben. Vielleicht in eine Höhle. Ja, da oben. Das sind bestimmt die Berge, in die die Jäger dem Wolf folgten. So, jetzt schauen wir. Hat man das ein bisschen taktisch angekennen? Oder sind es alle in der Höhle? Oh Gott. Das kann er herassen. Wir müssen in die Höhle rein. Ja. Na super. Wo ist er? Ja. Ah, da ist der Höhle. Der lebt noch. Okay. Eine Frau schickt mich, um einen Wolf zu töten und ihren Mann und seinen Freund zu retten. Ich bin der Freund. Und der Mann ist tot, oder? Er ist tot. Wir erlegten einen Wolf, doch es war ein trächtiges Weibchen. Ein furchtbarer Weibchen. Das ist schlecht, ja? Wir wussten nicht. Sie kommen. Was ist da unten? Wir haben die Wölfe gehäutet. Dann hörten wir ein furchtbares Heulen. Es war das Männchen. Er zerriss meinen Freund und schleppte mich hierher. Er wartet. Er will Rache. Du musst ihn töten, sonst sterben wir. Ich bin nicht hier um zu richten. Ich komme um einen Wolf zu töten. Warte hier. Oh, danke. Danke. Sicher hätte ihn mir jetzt da liegen gelassen können. Und... Ah, da kommt er schon. Gute! Oh, holly shit. Und dann geht das jetzt wieder? Na ja. Gut. Es ist nicht so schlecht, da. Na ja. 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 Was ist das? Ab zu der Frau, die Nachricht überbringen. Warum kann ich da nicht rumreden? So ein Schiss, komm her. 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 Nein. Ah! So. Was ist los? Meine Arbeiter sind krank. Wenn das so weitergeht, kann ich meine Familie nicht ernähren, geschweige denn ihre. Die gute Nachricht ist, dies ist nicht das Werk der Götter, sondern nur eine Krankheit, und zwar eine Halskrankheit. Ich könnte deine Arbeiter behandeln, wenn ich meine Utensilien dabei hätte. Mein Gott, jetzt kann ich den ganzen Scher samen. Ja. Ja, natürlich. Ich bring dir was du brauchst. Ja, ja. Ich komm mit deinen Sachen zurück. Je eher du kommst. Ja, tschüss. Das ist auch wieder nur so eine komische Nebemission. Ich brauch Hinweise. Hier das vierte Artefakt. Ich brauch das. Du musst besorgen. Ha. 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 Zu spät die Reaktion. Ich muss mich verstecken. Oh, wo ist der Set und da muss ich hin? Ich bin vom Weg abgekommen. Das Haus des Einführers. Das Haus des Einführers. Das Haus des Einführers. Ja, weil es noch nicht geschwächt ist. Jetzt ist ein bisschen mehr los. Das Haus des Einführers. Das Haus des Einführers. Das Haus des Einführers. Das Haus des Einführers. einen schönen Bogen und die Surgen da drüben ha ha eine verfolgt sehr schön und die können schon wieder vom Griff gehen Ah, nein, nein, ich warte bis der ist aufgekommen, der eine ist mir zwängt da oben. So, der ist weg, der ist weg. Na, der kommt Täter, das ist schön. Komm, hey, mal auf. Das war doch ein Mensch. Ja, das war doch ein Mensch. Mensch, du Wappler, komm her zu mir. So, ganz gut, ganz gut. Schauen wir mal, der Messert, ja, eine feine Sache. So, jetzt sind sie nur mehr zwei Wochen und der eine. Ja, da kommt es nur. Die gehen auf. Gut. Dann machen wir das da oben. Und die da herkommen. Ja. 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 Na komm. Na komm. Ja. Und du gleich. Ja. Und du gleich. Ja. Und du gleich. Und erledigt. So, wie immer das Flug steht. Ja. Genauso. So, ist der schon in der Nähe, oder? Wo ist er? Ah, da wo ist er? In Deckung, ja. Ja, komm her zu mir. Ja, die kommen von da drüben. Wo war denn der Arsch hin? Oh, oh. Ja. Ja, ja. 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 die wir hier sind, ich muss da hoch, ja, na komm, na, na, ach Gott, hört, bin ich hängen geblieben und verbringe, sehr schön, da ist auch das, was ich brauche, das ist fertig, aus des Anführers, sie meinte, das Werkzeug wäre in der Frieser-Festung, das ist die Medizin, die die Ärztin benötigt, ja, das haben wir, und weg, nichts vergessen, oder, nein. Ela! Ella! Oh, oh, oh ! Ella! Das muss die Frieserfestung sein. Ich könnte mir einschleichen und nur das rauszuholen. Das sprengt mir eine Folge, wenn ich das jetzt mache. Das kann ich offener machen, die Burg. Mit Morell interessiert das ja eh keiner mehr. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Okay. 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 Und wird gut bewacht. So, da vorne ist. Ach Gott, der geht jetzt da um. Oh, oh, da kommt Banner. Na klar, jetzt stehen wir alle auf. Da werden nicht markiert. Da drüben ist das, ich habe das näher. Das ist eh viel zu weit weg. Tschüss. Oh, der fliegt, geil. Auf Wiedersehen. So, das war nicht schlecht jetzt da. So, wir gehen jetzt am besten weiter vor. Oh Gott, das ist gut. Oh Gott, das ist gut. Oh Gott, da kommt Banner. Oh Gott. 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 So, da unten ist das jetzt da. Na, geh ohe! So, schlafen tut da keiner jetzt, oder was? Da ist ja gerade vorher noch einer. Wie kommen wir da jetzt um? Ah, da kann ich einfach da. Jetzt schauen wir mal, wo das ist. Gut, ausser vom Loga. Schnellreise, tschüss, das Loga holen wir später. Für mich war jetzt wichtig, dass ich das Werkzeug gut habe. Hmm. Ah! Was ist das? Ich hoffe, dass ich da jetzt einen Hinweis bekomme, aber ich glaube es ja gar nicht. Das war nur so eine unnötige Hin-und-Her-Mission. Da habe ich eh schon so viel gemacht, das interessiert mich eigentlich nicht mehr. Ich habe deine Sachen. Danke. Sie sind äußerst speziell. Ich hätte sie nicht rechtzeitig ersetzen können. Meine Trauben sind gerettet. Mich beschleicht das Gefühl, dass es dir immer nur darum gegangen ist. Ohne Trauben nichts zu tun. Durch die Heilung der Arbeiter hast du meinen Hof gerettet. Nimm dies hier. Ach Gott. Oh, da ist die Methusel. Ich glaube, da muss ich her. Ich gehe jetzt einfach da hin. Schauen wir mal, was passiert. Vielleicht brauche ich gar keinen Hinweis. Sieh dir diese Weingüter an. Aus diesen Trauben könnte selbst Markus keinen schlechten Wein machen. Gut, Leute. Danke fürs Zuschauen. Das war zwar nicht so aufregend, die Folge, aber... Vielleicht hat sie euch doch gefallen. Ach Gott. Okay, gut, gut, gut. Ja, ja, ja. Hauen Sie mich runter da. Sehen du euch nichts. Ja, 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 ja. Die Dreyf und ich sollte heute aufbauen. Komm her. Nicht Ohrhorn. Okay. Ah, da gibt es wieder eine für mich, für irgendeine... Ja, ich komme gleich zu dir. Gut, ich glaube, das wird jetzt ein Hinweis sein, was ich brauche. Das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein gratis Abo da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke. Wenn ihr Lust auf ein Kommentar habt, dann lasst doch eines da. Ich beantworte jedes Kommentar. Ciao, Baba, pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Euer Dad. Ich bin raus.